Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Mein Name ist Davor und ich habe mir fest vorgenommen, heute Fleisch zu braten. Schönes Tomahawk auf dem Grill geschnallt vor allem. Ah, die Straße. Ja. Ja. Ja, 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 was er sagt. Ich guck noch mal rein. 62, ich brate mal die Hälfte des Fleisch. Die arbeiten eh noch nicht. Was hat er denn jetzt schon wieder? Was ist das hier? Hä? Ähm. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme hier, ich komme, ich komme. Hm, hm, hm. Er wongstet. Das ist mit meiner Maus. Das ist mit meiner Tastatur. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, ich habe, ähm, offensichtlich habe ich Probleme. Ich bin in der Animation gefangen. Ähm, das ist ja, das ist ja, das ist ja sehr älgerlich. Luftboxen. Bam, 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 bam. Äh, komme ich hier irgendwie raus wieder? Ich mache mal ein Messer. Was? Was? Hat funktioniert. Frag mich nicht, wie? Es hat funktioniert. Ja, selber sagen die Leute immer, wenn ich an ihm vorbeigehe. Ich weiß nicht, warum. Es ist so traurig. Okay, was wollte ich machen? Hm. Ah, guck mal, ein neues Ferkel. Wie süß. Ist ihm warm? Ist es das? Ich habe nichts an. Ich habe eigentlich nicht mal das Leinhemd an. Warte mal, das so ist mir zu warm. Das, nee, das sind das, ach, das ist die Temperatur, oder wie? Nee, Temperaturtoleranz. Ich weiß auch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist, niemand will das sehen. Wirklich nicht. Das ist nicht. Mir ist immer noch warm. Ich habe nichts an und mir ist warm. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, guck mal, hier wird es auch immer schön. Ah, herrlich. Lämmchen, Zicklein. Ich habe zwei gesammelt. Ich habe sie gesammelt gesehen. Habe gedacht so, hä? Aber es ist ja ein Schafbock. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich habe doch... Oh, habe ich gar nicht. Ich habe keine... Kann ich die mir machen? Kann ich meine holen? Ich wohne hier jetzt. Warte, 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 warte. Schön, wie sie sich alle vermehren und wie viel... Mag, mag, mag. Herrlich. Ich finde es schön. Ich wollte mal... Es ist hot. Es ist hot. Ich habe nichts an. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Kann ich mir dicke Lederhandschuhe, Hut mit Kräferhose, mit Manschetten? Das macht es vielleicht besser. Ich bin unsicher. Das auch. Das hier ist ja hier Hitzeschutz. 6%. Was soll ich denn noch anziehen? Hitzeschutz. Minus 1%. Das ist nicht gut, ne? Pelzstiefel. Na, okay. Ich verstehe das Prinzip. Die Stiefel kann ich aber anziehen. Das ist okay. Ja, aber das war's. Soll ich noch Hut aufsetzen? Ne, offensichtlich nicht. Ich brauche ein Sommeroutfit. Vielleicht schneide ich mir jetzt auch einfach mal ein Sommeroutfit. Pass auf, wir machen das so. Ich hole mir mal eine Schuhe-Schere. Eine Schuhe... Heißt die auch Schuhe-Schere? Müsste ja... Oh Gott. Hier, Eisenschuhe-Schere. Ich nehme mal eine mit. Dann, ja... Pack ich die mir mal auf die... 6. Und dann... Moin! Vielleicht hast du einen Grund zum Schreien. Ich habe das noch nie gemacht. Schnipp, schnapp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnapp. Die Haare ab. Oh, guck mal. Dem ist auch warm. Die ist auch warm. Ich bin ganz sicher. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Die Haare ab. Die müssen immer noch warm, ne? Ja. Ähm, Eimer. Das ist natürlich nicht. Schnipp, schnapp. Was ist denn hier passiert? So, du bist schon nackelig. Guck mal, die ist noch ganz warm. Ah. Gleich ist die nicht mehr so warm. Mir ist auch sehr warm. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Die Wolle ab. Cool. Ähm. Oh, das Skorcher. Schnipp, schnapp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnapp. Schnipp, schnapp. Die Selschen ab. Okay. Ähm. Cool. Fällt mir? Aber ganz ehrlich, arbeiten will ich hier nicht. Das nervt mich alles. Das ist mir hier wirklich alles ein bisschen zu nervig. Ich meine, das muss doch nicht sein. Das tut doch nicht schnapp. Nee. Das tut doch nicht schnapp. Ähm. Ich werde mal ganz ungezwungen in die Näherei gehen. Und werde mal gucken, was ich mir so schönes machen kann. Ich brauche ein Sommeroutfit. Offensichtlich habe ich nichts für den Sommer. Als ob ihr hier arbeitet. Jetzt tut noch so. Mach mal weg. Na, 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 na. Klar, natürlich. Leidenhemd. Einfaches Leidenhemd. Aber ein Leidenhemd habe ich doch schon, oder? Ein Leidenhemd habe ich schon. Ist jetzt nicht das Schönste? Sieht aber besser aus als die Tunika. Okay. Ähm. Hosen. Haben wir so eine Kniestrumpfhose? Hose mit Manschetten? Hose. Ich würde gerne wissen, was sie kann. Hose mit Manschetten habe ich doch auch, ne? Hose mit Manschetten habe ich auch. Okay. Was kann man denn noch machen? Tuniken. Filzweste. Gestäppteweste. Weiß ich nicht. Kaufe ich mal. Ähm. Zwei Wollstoff. Zwei Wollgan. Summer. The only time when you're not sure if you're sweating from the heat or from hard work. Mach Pause. Tu nicht so, als ob du hier arbeitest, Lamberta. Sein Name macht mich aggressiv. Ich mach mal zwei Wollganen. Mach glaube ich gar keinen Sinn, weil ich ja daraus Wollstoff machen muss, ne? Minus zwölf Wolle, ey. Ich kriege am Rad. Einmal Richter. Geh mal, geh doch mal. Hey, I was using that. Ja, jetzt nicht mehr. Aggressive Menschen. Mach mal zwei. Klöppel, klöppel, knüppel, knüppel. So. Mach mal. Ja, ich warte auch die ganze Zeit. Mein ganzes Leben lang warte ich schon. Wollgan, immer noch. Hä? Warte mal, da unten steht ja. Minus ein Kälteschutz. Vier Hitzeschutz. Zwei Hitzeschutz. Ich brauche einen Wollganen. Schade. Äh, ja, dann... Was soll ich sagen? Ich brauche mehr Schafe. Glaube ich. Ich glaube, ich brauche einen Färchen nur für Schafe. Machen wir mal. Filzweste. Mach die aber nicht aus Filz. Ich mach die aus Wolle. Aus filziger Wolle. Filzweste. Na, gucke mal. Mal kurz. Sechs Prozent. Minus eins. Das ist nicht gut, ne? Die ist ja viel wärmer. Wenn ich hier unten hingucke. Minus ein Prozent Hitzeschutz. Sechs Prozent Hitzeschutz. Ich habe gerade Schwachsinn gemacht. Aber die sieht eigentlich gar nicht so doof aus. Geht. Ist halt wieder so in Erdtönen, ne? Das ist halt... So, ich gucke mal. Gibt es noch was Schönes? Bleibt hier sonstiges. Oh, hier Hitzeschutz. Zwölf. Mach mal hier so ein... Ich habe kein Stroh. Natürlich habe ich kein Stroh. 40 Stroh. Nein, weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Stroh. Fupp. Tim, trim, 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 trim. So, Lüte. Strohut. So, Lüte, Strohut. So, der Strohut. 29 Prozent Hitzeschutz. Jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Ne? Es sieht auch wunderschön aus. Ist auch mit dem Blick... Ist ein Traum. Googlen. Googlen machen nicht so viel Hitzeschutz. Googlen mit langer Pelzkabuze. Hm, das ist das, was ich brauche. Ähm. Ich habe doch schöne Schuhe. Edle Schuhe. Habe ich aber schon. Schicke Schuhe. Was habe ich für Schuhe? Ich habe Stiefel. Pelzstiefel, Stiefel. Ich habe keine... Ich habe keine Dings, ne? Ich habe nichts Schönes. Ähm. Ich mache mal... Scheiße, ich brauche Wollstoff. Die haben... Ich mache mal die. Dann hole ich mir noch Wolle. Gucken wir mal, was ich noch mache. Aber Hosen gibt es auch keine schön irgendwie, ne? Wollstrumpfhose. Taui, Alter. Kniehose. Kleingewebe. Brauche ich nicht? Ja, 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 ja. Ähm, was hatte ich gesagt? Wolle und Leingewebe. Warum habe ich denn kein Leingewebe mehr? Es ist ja... Achso, weil ich nur Leingarn gemacht habe damals, ne? Damals. Die Erde noch nicht heim, aber... Leingewebe. Äh, Leingarn 8. Ui. Okay, das ist spannend. Wie viel habe ich denn? Äh, Leingarn habe ich genug. Kleingewebe ich nur eins. Okay, alles klar. Ähm, was hatte ich gesagt? Wolle. 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 Wollstoff. Ja, weiß ich noch nicht so richtig. Ähm, ich brauche Wollgarn. Ich mache mal vier. Ja, nun. Dann mache ich noch... Leingewebe brauche ich und Wollstoff brauche ich. So, tu mal nicht so, als ob du was tust. Ja, und jetzt benutze ich das. Äh, Leingewebe mache ich mal... 15. Dann habe ich wieder ein bisschen was. Warte. Ähm. Auch schön. CPU-Auslastung. 0,0%. Ja, nee. Das fällt mir. Und Wollstoff. Wollstoff. Oh, nein. War nicht so schlau, ne? Ich glaube, das war nicht so schlau. Geh mal... Hey, I was using that. Ja, da benutzt du das andere wieder. Ähm. Natürlich. Ich brauche ja auch Wollgarn. Wer hätte es gedacht? Hey, I was using that. Ihr habt dieselbe Stimme, Mädels. Lass los bei euch. Ach, Gott. Ach, leck mich doch. Ich mache alles. Aber ich habe keine Wolle mehr. Was soll ich sagen? Ich überlege gerade, es macht doch keinen Sinn, Klamotten zu verkaufen. Weil die viel zu teuer sind. Und ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht so viel Geld auf dem Marktplatz, äh, als dass ich hier die Geschichte mit der Wolle machen kann. Ich mache mir erstmal ein paar schöne Schuhe. Ne? Ja, 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 so, und dann... Schöne, edle Schuhe. Ach, ist das nicht. Die Verbindung auch. Es ist... Eine Kniehose. Habe ich gefühlt jetzt schon an, aber mal gucken, wie sie aussieht. Ich bin gespannt. Eine Kniehose. Ei, 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 ei. Würde jetzt aber verfüllt wie eine Weste passen, ne? Der Hut, ey, ganz ehrlich. Der Hut... Der Hut macht nichts gut. Der macht alles nur schlechter. Was ist das denn hier? Hm. Ähm, ja, es ist... Also, ganz ehrlich. Begeistert... Begeistert bin ich nicht. Mach ich einfach mal. Pelzumhang habe ich, ne? Pelzumhang? Ach, ich habe die Google schon mit... Ja, nun, ich meine... 1, 3, ey, überleg mal. Ja, brauche ich aber gerade nicht anziehen, oder? Er ist gerade ein bisschen zu warm. Ähm... Ja, der macht es nicht gut. Der macht es wettertechnisch zumindest besser. Aber... Ja, nee, also so schöne Klamotten... Ganz ehrlich... So Bürgermeister-like, weißt du? I feel famished. Finde ich nicht. Steffte West, das ist aber auch alles viel zu warm. Satteltaschen, Bräu auch nicht. Tja. Ist mir zu laut. Geh wieder. Okay, Hunger hat er offensichtlich. Äh, erst mal da was Fleisch mit so... Yami, 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 yami. Und zwischendurch noch eine Honigwabe. Nur so, auch einfach, ne? Hm, lecker. Gut, okay. Ähm... So wie es aussieht, sind meine Kuhlsamen aufgebraucht. Ich habe die Befürchtung, dass... Mhm. Ich könnte... auch jetzt irgendwas aus Mehl machen, ne? Fällt mir gerade ein. Ah, ich glaube, ich habe keine Kuhlsamen mehr. Ist hier überall Kohl drauf? Nee. Vielleicht habe ich aber keine mehr. Okay. Ach hier, was ist das denn noch? Möhre, ne? Karotte. Okay. Dann haben wir auch ein paar Karotten. Im Frühling, im Herbst, meine ich. Und hier ist auch... Naja, gut, okay. Aber Kohl reicht aus. Also ich brauche nicht noch mehr Kohl. Was soll ich damit machen? Dann... Was sagt meine Allee? Allee, allee? Rallee, allee, allee? Ja, kann... Weiß ich nicht. Schön werden vielleicht. Ich bin unsicher. Also, was ist hier imkertechnisch los? Wie geht es dir und deinem Bienchen, Waldemar? Er beobachtet sie zumindest. Das ist ja schon mal was. Ist voll, aber er guckt halt auch einfach nur. Nun. Mehl. Warte. Mehl. Ich wollte Mehl haben. Da kann ich doch Kuchen und so ein Kram machen, ne? Mit Mehl. Wie viel Mehl haben wir denn? Das ist 196. Ich nehme mal alles. Und ich backe mal. Ich habe jetzt Lust zu backen. Und schön Kuchen machen. Na ja, wir wollen mal gucken, was ich dazu brauche. Mehlkuchen kann ich jetzt gerade aktuell nur machen. Oder einfach nur Zeig. Hey, I was using that. Oh. Dinner time. Was hast du da gemacht? Brot. Fladenbrot. Einmal mit Wasser und Mehl. Fladenbrot mit Zwiebeln. Wäre auch möglich. Meerkornbrot. Machbar. Äh. Weizenbrot. Morgenbrot. Weißbrot. Haferbrötchen. Weizenbrötchen. Aber was schön ist? Kuchen. Beere und Eier. Das könnte ich machen. Fleischpastete. Schwierig gerade aktuell. Mondkuchen kann ich nicht machen. Kirschkuchen kann ich auch noch nicht machen. Ich würde einen Obstkuchen machen. Aus Beeren und Eiern. Beere, Eimer. Äh, Beere, Eimer. Beere, Eier und Eimer. Warte. Beeren. Da habe ich gerade. So reicht das aus. Ähm, Eimer nehme ich. Ich nehme mal die mit hier. Komm, auf geht's. Mir egal. Und, äh, was hatte ich gesagt? Beere, Eimer und... Ich habe es vergessen. Ah ja. Ich habe keine Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Ähm, ich sammle mal kurz welche. Ich gehe nicht davon aus, dass, äh, unsere... Da drüben, ähm, alle gesammelt haben. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, das sieht sehr gut aus. So. Ich will auch gleich Federn. Sehr schön. Brauche ich wieder für Pfeile, glaube ich. Nee, für Pfeile gar nicht. Ähm, glaube ich nicht. Für Dingens hier. Für... Kissen. Betten. Gemütliche Dinge. Alter, sind die laut. Oh, Junge. Nee, habe ich noch nicht. Aber der König ist mir ehrlich gesagt doch ziemlich herzlich egal. So, hier ist auch alles voll. Ich habe das Gefühl, dass sie das gar nicht sammeln. Wenn ich ehrlich bin. Oder? Weil hier alles voll ist. Ich meine, die sammeln das zwar im Endeffekt, ne, so zahlentechnisch. Aber ich glaube, so richtig sammeln die das nicht. Die sind so ein bisschen wie der Holzfäller. Der, Achtung, Anführungszeichen, Bäume fällt. Hm. Na. Huh. So, sehr schön. Ähm. Habt ihr eigentlich noch irgendwas hier? So. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen Kuchen. Einfach so Kuchen fürs Volk. Fleischpastierte wäre eigentlich auch irgendwie cool, ne. Aber ich mache jetzt einfach, ich mache das doch selber. Ich lasse das nicht machen. Ich möchte das schöne Kuchen werden. Die Kuchen fürs Volk sollen perfekt werden. Deswegen mache ich sie selber. Ganz einfach. Geh weg. Ja, es wird ein bisschen dauern. Hm. So. Äh, Pasteten und Tarten. Oh, hab ich noch gar nicht. Fleischpastete, Fleischtart, Obsttart. Oh, das können wir aber auch machen. Ne Obsttart. Autsch. Damn. Ist nicht gerade verbrannt. Mach ne Obsttart. Mach mal 10. Hm. Das wird lecker. Boah, überleg mal, ey. Das müsstest du jetzt, äh, 10 Mal machen. Dann gehst du ja kaputt. Oh, Mamm, 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 Mamm. Mamm, Mamm, Mamm. Egal, egal. Eine Fischtart. Hey, ja, nee. Also ich irgendwie nicht so richtig. Ähm, Fleisch, Salzfleisch, Birne, Pflaume auch schön. Oh, das wird noch gut. Und nen Kuchen will ich auf jeden Fall noch machen. So, immer noch vier Obstkuchen dazu. Hm, das wird lecker werden. Nam, 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 nam. So, zwei behalte ich und den Rest, den, ne, wie gesagt, das ist ja Kuchen fürs Volk. Die werden sich freuen. Oh, sieht das lecker aus. So will ich zwar selber niemals einen Kuchen machen, aber gut, ich, äh, ja. So. Dann. Einmal alles wegbringen. Die Beeren. Bitteschön. Ähm, einmal mit Wasser, könnt ihr auch wieder haben. Dann die... Nicht... Obstkuchen... Drei... Und Obsttart neun. Gönnt euch. Das war's gewesen, ne? Ja. Jetzt kann ich jetzt mehr gammeln. Gammelt das eigentlich? Stimmt, ne? Jetzt kann ich das... Wann konnte ich denn keinen Honig... ...wann kann ich denn keinen Honig... ...wann machen. Kann ich wahrscheinlich auch. Ich weiß aber nicht aus was. Aber gut. Ich würde sagen, ähm... Wir lassen den Abend auch ein bisschen ausklingen, oder? Ja. 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 Schengel, wie kann man hier sitzen? Einfach mal zwischendurch ein bisschen Musik hören. Ich schaufe den Neural, weil sie der Gold haben. Sing und dance, für die Fälle, die Leute sagen, wir haben veränderten. Jetzt er und sie, sie, sie haben, nach Swap, keine mehr Grunz. Sing und dance, für die Fälle, die Leute sagen, wir haben veränderten. Ich schaufe die Fälle, die Leute sagen, wir haben veränderten. Ja, 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 ja! Ja! I'm excited. Either it's yesterday's tour, hallo, ist mein Eintopf gewesen, hör mal. Das war schön.